schönen guten tag leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier machst du morgen ihr wartet wahrscheinlich hier auf die verlagertsfiguren die kommen erst mal in hintergrund ich muss tatsächlich nicht umschmeißen die werden jetzt erst mal stehen die kommen noch keine panik ich bin ja selber nur hier auf die aber ich muss da hinten mal abräumen ich kann hier nicht die ganze zeit im ollie setup sitzen der verklagt mich noch auf mein letztes hemd und das ist das letzte sind sich ja nackig soll das heute umgedreht kommt der service schimmeln von den masterwurst zusammen mit dem okko freu mich drauf und das ganze sehen wir trotz überblendung so geht es geht auch so nicht ist egal nachdem ja bei der macht von grayskull einen wunderschönen guten tag und ein fettes heavy modell an dieser stelle und wir kümmern uns heute mal hier um diese masterwurst figur ich weiß nicht ob die schon mal ausgepackt war sieht so ein bisschen krümpflich aus wenn man so das oben anguckt aber ich habe die von amazon gekriegt das ist eh nicht so geil hier war irgendwie zum beispiel hinten noch mal ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt ihr auf der brust von service schimmeln war beim artwork tatsächlich auch irgendwie aufkleber drauf was ich trotzdem geil finde es sind halt also einmal diese zeit artworks also von wegen dem himmel schriftzug service schimmeln ziemlich geil und da ist auch noch mal abgebildet einmal gar nicht mal so grimmig und auch okko da als masterwurst figur unten haben wir hier noch was ist denn das alles sticko skrglow skrglow habe ich ja faker der kommt bei mir auch noch also der masterwurst faker nicht der new eternia wobei ich auch da haben überlegen wir noch mit dazu legt der triclops den müsste ich fast wobei ich den denn tatsächlich lieber in der uhr variante und nicht in dieser komischen tech variante brauche ich nicht andorra weiß ich nicht wenn ich den mal billig krieg keine ahnung fisto und den savage schimmeln den haben wir ja hier mit okko zusammen freut mich drauf so muss gucken wie packe ich den am besten aus das ist ja meistens zeit schieb ding gedöhnt von oben kriegt man die glaube ich gar nicht schön raus sind zwar zwei klebebänder aber ich glaube doch es geht ja es geht kein hintergrund kann mich hier haben wir im hintergrund die steine es überblendet trotzdem durch die plastik noch also die steine die wir bei dem master was oft haben und hier hätten wir die beiden figuren ordentlich zubehör weit unter 20 euro bezahlt inklu versand bin ich mal neugierig fange ich mal mit der figur an euch wahrscheinlich gar nicht mehr doch stropse wer will stropse haben niemand also kommen die ordentlich wieder hier so über meine brille gucken so oberlehrer mäßig das hasse ich ja wie die pest aber ich sehe es halt anders nicht jetzt wird mich verstehen er hat ja auch so seine probleme ich hoffe die figur ist mehr oder weniger der wäre auch super so drin gewesen wegen wegen der riesen ordentlich hör mal mit knistern auf sehr cool also der okko tatsächlich einer der charaktere in der revelations serie wo ich am anfang so meine probleme hatte mit diesen schlappohren also rein von der optik her und sowas den ich gar nicht so geil fand gebe ich zu ich habe auch mit der revelations serie so ein bisschen gehadert anfangs der kopf ist ein bisschen sehr locker aber okko hatte ein ziemlich geile charakterark insofern ist das cool und sind wir mal ehrlich also ich meine die serie ist jetzt mittlerweile auch weit über ein jahr alt und spoiler ist es glaube ich nicht der gute kommt zurück beziehungsweise war es nicht sogar in der serie schon irgendwie keine ahnung aber gucken wir uns die figur trotzdem mal so an hat einen schönen stand da brauche ich mir keinen kopf machen dass der sich nicht gescheit dreht dass der umfeld passiert einfach nicht der stand ist in sich noch beweglich dass man ihn halt wirklich ziemlich geil positionieren kann schon fast so ein bisschen wie ein huibu geist irgendwie ja ja ne da geht was kann man machen und der detailgrad ist echt nicht verkehrt klar das gesicht ist halt irgendwie ein orko ne da hast du ein schwarzes face mit zwei augen und sowas aber der hut da ist viel dran da ist so eine bimmel hinten dran so eine glocke die ohren sind irgendwie cool auch wenn sie halt nicht so diese typischen ist halt kein filmation orko sagen wir mal ehrlich aber ich mag ihn und ich mag auch zum beispiel das tuch wobei er ein bisschen wie ein terrorist aussieht und dass er halt auch ein bisschen abgewetzt aussieht hier die risse im umhang und im hut und sowas der hat schon ein bisschen was mit sich gemacht es war ja auch so gedacht der orko wie alle figuren da eigentlich der hat schon was hinter sich das ist ja die magie auf eternia geht flöten und ich meine er war ja nie der riesen zauberer bei filmation nicht in den hörspielen nicht das ging ja oft ganz gerne auch mal daneben der hat schon was hinter sich und dann leidet die magie auf eternia noch mehr der konnte ja bloß noch so ein abgeranzter penner werden es ist eigentlich nur die böse das ist nicht gegenüber orko übel gemeint ich mag den charakter als solches sehr gerne gerade so in den hörspielen ist er nicht mein lieblingscharakter aber auf jeden fall einer meiner lieblings sidekicks das kann ich schon sagen und ich mache ihn ich stelle ihn hier mal hin da ist er zumindest noch im bild weil jetzt hier für das plateau brauche ich den sauvage mit da fangen wir auch mal mit dem kleinen kram an das ist ein bisschen mies das haben sie wirklich mies gemacht weil die werde ich brauchen weil hier haben die greifhände als zusatz hände gemacht finde ich ein bisschen doof naja im cartoon hat er ja glaube ich nicht einmal eine waffe in der hand ich weiß nicht aber irgendwie eine axt oder was ist er ist halt schon mal ein bisschen her ich krieg diese scheiß hand nicht raus die werde ich brauchen weil er hat ja immerhin zwei waffen dabei eine habe ich die hier so cool wie sie sein mag ist wirklich ein cooles sauberschwert auch relativ detailliert kann ich gar nicht mal was sagen ist eigentlich schwachsinn weil der sauvage heeman hat sie definitiv nicht benutzt weil es war ja im prinzip so in der zweiten hälfte der ersten staffel hat ja adam die kraft von grayscale angerufen ohne ein schwert was ja als kanalisierung benutzt wurde anzurufen deswegen macht das schwert eigentlich keinen sinn jo bei der zweiten waffe bin ich sehr zweigeteilt das ist ja auch eine zweischneidige axt was ich cool finde die hat hier überall kerben drin und sowas ist geil aber sie sieht trotzdem nicht geil aus weil guckt euch mal das an das schwert hat halt so ein paar grau und silbertöne die achse ist einfach nur grau auch wenn der griff bemalt ist aber das sieht nicht gut aus das wäre eine andere farbe in halt wirklich so einem silbergrauen ein bisschen wascher oder so wäre das schon geiler gewesen das ist ein bisschen also in manchen lichten in lichten momenten also wenn man das so in verschiedenen lichteffekten sieht schon wieder gut aus weil die jetzt wirklich sehr zerkratzt wirkt aber ein bisschen mehr farbe hat er trotzdem gut getan vielleicht batsche ich da einfach noch ein bisschen silbergrau drauf weiß ich noch nicht so jetzt kommen wir zu der ach nee da ist ja noch ein extra drin das habe ich hier komplett übersehen ich kriege das so raus ich kriege das raus wir haben ja noch ein Speer das ging easy übrigens was ich sagen muss ja leichter bogen jetzt passt es schon wieder die waffen sind verhältnismäßig gerade ist jetzt auch keine neue version also ich habe dafür wirklich wenig bezahlt finde ich okay jetzt gucke ich mal dass den hier rauspuppeln der erscheint ja alle nö der hatte keine halte bänder finde ich gut jetzt muss man kommen dass den jetzt erstmal für mich so ein bisschen positioniere also wenn man schon scheiße findet ja für den filmation für den revelation cartoon finde ich es okay dass er nur pranken hat also wirklich seine hände einfach bloß weil er hatte ja eigentlich gar keine waffen was ich schon mal scheiße finde er guckt eigentlich ich finde seine mähne geil aber er guckt viel zu freundlich der guckt so ein bisschen wie so ein metal sänger nach einem gelungenen konzert ist nicht böse gemeint ich weiß mittelsänger können auch böse gucken gibt auch black metal ist nicht mein fall sage ich ganz ehrlich darum mache ich gleich mal die greifhände rein schon alleine wegen der waffen sitzt glaube ich was ich gut finde ist auch so ein bisschen das ist ja eine ältere masters figur die sind ja immer nicht so gut weggekommen was so detail grad angeht ich zeige euch gleich mal komplett ich habe jetzt bloß mal die hände gewechselt das könnte ich euch sogar auf den händen zeigen die haben ein wasch drauf die haben hier mehr bemalung das ist ziemlich cool was ich auch geil finde was ich von anfang an tatsächlich gesagt habe bei den revelations im vergleich zu den classics die sind cooler ich finde die ich finde die cooler die classics sind in meinen augen jetzt kriege ich hier wahrscheinlich wirklich doch noch ein youtube beef will ich jetzt nicht sondern mir geht es einfach darum gerade preis leistungstechnisch sind diese figuren um einiges besser als die classics haben wir die gleiche größe etwa wenn man da jetzt eine classic figur daneben stellen würde das wäre ein vergleich bewegungspunkte dürfte sich nichts geben aber alleine schon das der oberkörper der sah bei den classics immer scheiße aus wenn man das hoch gezogen hat das sah immer nach gelenk aus hier unten fand ich nicht geil also wenn die nicht gerade eine rüstung hatten oder irgendwas drüber was stoffmäßig ist weiß nicht ob die classics stoff hatten aber ich habe ja ein paar classics das sah nicht gut aus hier haben sie das gut hingekriegt und der kollege der sieht mir mit seinem dreck und seinem wash richtig gut aus der ländisch auch wirkt fast als ob er aus stoff wäre fett ich werde ihm das sauer schwert bewusst nicht in die hand geben jetzt habe ich wieder das problem ey die sind die hand ist fast so zäh wie bei mir bei den ogis das finde ich nicht geil gut wenn die waffe drin ist ist die waffe drin ich versuche mal irgendwie ein posing hinzukriegen durch die langen haare ist es nicht ganz so einfach den sperr kann ich zumindest aber der hält auch gut dadurch dass er relativ dick ist die gelenke sind geil also bei dem habe ich wirklich ein glück war ja bei den ersten master was figuren manchmal so ein bisschen so ein ding die sind ein mehr zusammengesackt das ist ja nicht mehr feierlich was mir auffällt er hat echt große füße aber das ist jetzt so ein bisschen meckern auf hohem niveau ich will noch die waffe so ein bisschen im hintergrund haben so als sind wir mal ehrlich das schaut gut aus das ist eine geile figur die haben alle so ein bisschen über den Savage He-Man gut ich habe halt auch bei weitem nicht den Preis bezahlt was der immer gekostet hat ich muss jetzt schwindeln weil ich es nicht mehr hundertprozentig weiß den habe ich mir auf Amazon bestellt und der hatte irgendwas zwischen 15 und 20 Euro gekostet für zwei Figuren darf man ja auch nicht vergessen denn der Orko ist ja auch immer noch am Start und dann noch relativ viel Zubehör drei Waffen, zwei Wechselhände kannst du es machen gut mit diesen Wechselhänden kannst du im Prinzip nichts anfangen Master Olli wenn du da was weißt wenn du irgendwen weißt der irgendwie so keine Ahnung so Kratzhände braucht oder sowas okay aber ich werde mir den auf jeden Fall irgendwie in der Form aufstellen was ich ein bisschen blöd finde ist wie gesagt das Schwert das passt halt zum Savage He-Man nicht weil er wie gesagt auch die He-Man Kraft halt einfach ohne sein Schwert angerufen hat und auch keiner eine Möglichkeit hat das irgendwie hier zu verwursteln ja ich glaube das gebe ich einem anderen Charakter müssen wir mal gucken vielleicht kriegt es auch der Marcel Olli für seine Ersatz der Kiste müssen wir mal schauen aber die beiden Jungs bin ich völlig konform mit die sind für mich ein Brett finde ich geil und das war es heute mit dem Video zum Savage He-Man und zum Orko aus der Revelation Serie die wie gesagt ich mag sie Tila hat halt wirklich irgendwie so ein bisschen einen Abschluss geliefert aber im Grundsatz gab es sehr viele Charaktere Evelyn, Orko, He-Man selber oder Adam die halt eine Charakter-Arc eine Charakterentwicklung hatten ich sehr gut fand die mir gefallen hat Man at Arms auch als alter gebrochener Mann der sich trotzdem immer wieder versucht irgendwo einzusetzen Granios und auch diese Tech-Sekte das ist mir vorhin nicht eingefallen dieses simple Wort Sekte ist mir vorhin nicht eingefallen von Treeclubs und Trapjaw hat was freue ich mich tatsächlich auch auf den Revolutions Cartoon der ja leider erst 24 kommen wird irgendwann ist mir auch wurscht aber wenn er kommt gucke ich ihn mir an bin ich neugierig mal schauen also ich hab den Cartoon auf jeden Fall nicht so gehatet wie manch andere sind auch wie gesagt ein paar kühle Konzepte für Figuren rausgekommen wie man hier sehen kann meine Meinung manch einer sagt ich gucke ja nix mit anfangen meine Macken waren bei dem wie gesagt das Zauberschwert ist eigentlich für ein Popo weil ich es nie hatte die Axt könnte den Brush vom Zauberschwert vertragen oder wenn dann hätte ich gleich vielleicht eine Stein Axt gemacht weiß ich nicht weil hier haben sie es ja bei dem Speer vielleicht kann man das so ein bisschen besser sehen das sieht mehr nach Stein aus finde ich cool hat was cooles To-Back doch freut mich haut rein an dieser Stelle ich lass die Jungs noch ne Runde drehen ich hoffe die kotzen nicht und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder wenn es heißt Masters & More und rupfen wir wieder was aus der Packung raus weil auspacken ist Pflicht bei mir Heavy Mathe Leute Heavy Mathe Leute